Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Design-Stuhrer ist ein essenzieller Schnitt in den politischen Entwicklungsprozess. A.I. ist nicht nur ein Feature. Es bildet die Design-Stuhrer. Es bildet die Mischung, die Kon-Obs, wie man eigentlich kämpft. Und daher, die Master-Stuhrer und die Komplex-Software haben, kann man mit einfacher Hardware arbeiten. Und das hat uns begonnen, Grob Aircraft, eine Kompanie speziell in den 3-5 Tonnen, welches sehr relevant für die Größe. Und zusammen mit unseren Partnern, wir denken, dass wir eine wirklich soverein, blöden Optionen verbunden haben. Aber A.I. ist nicht ein Feature. Es ist eigentlich die Sache, die die Design-Stuhrer. Und deshalb, wir denken, es wäre wichtig, dass wir, als A.I. Unternehmen, ein Autonomous System bauen. Aber grundsätzlich, die Idee ist, dass wir ein paar, sehr komplexe Systeme, Fyterjets, das sind multi-role, wie in der Vergangenheit. Wir wollen viele, einfache, mission-specific, und sogar attributable, Plattformen, die dann zusammenarbeiten, intelligently arbeiten. 100 Salt-Näger First and foremost, ich denke, es ist jetzt fokussiert auf der Düsen-Defensität. Wir dürfen auf die thron im говоряings Gesetzgebung in a more efficient way than we've been currently doing. I think that makes a lot of sense. Personally, the way I think about that problem air defense and the role that Helsing could play in that, we think this will ultimately not be any single product, but it will be a system of systems that is needed. Air defense is a complex problem. There's different altitudes, different speeds, different assets that may be coming towards you, and they will need a holistic effort of multiple companies as part of a bigger system of systems or a drone wall, if you will. And with CA1 Europa, as we have called it, we have today made an offering to Europe to do this from Europe for Europe.